Der Packnasenexpress ist da, tut, tut, tut wie jedes Jahr, von Hamburg bis nach Köln, hier geht's ab wie Hölle. Ich bin Ludwig 661. Ich war in Köln, das war super. Geil, geile Schemung. Und ich bin hier, ich hab Musik, Schemung und ja, durch den Tisch trete. Erstmal in der Pappenhausen-Express und wow. Es gibt nur Leute, die Spaß haben wollten und ich finde das toll, supergeil. Ich bin Franzose, aber Deutschland ist supergeil. Und nächstes Jahr bin ich dabei, auf jeden Fall. Sehr gut. Dankeschön.